Eines Tages erzählte mir jemand, dass unsere Sonne um ein Jahr zu vollenden, einmal um das Zentrum der Milchstraße kreisen muss. Wenn wir nun unser Leben nicht in Erdenjahren, sondern in galaktischen Jahren messen würden, so würde ein Menschenleben nur acht Sekunden dauern. Geboren für acht Sekunden. Dein Vater sagte mir, du wärst ein ganz besonderes Kind. Ich hab schlecht geträumt. Ich hab solche Angst. Aber das war doch nur ein Traum. Und Träume sind nicht real. Ich hab's genauso geträumt. Mein Traum ist wahr geworden. Jede Nacht gibt es neue Träume mit vielen Abenteuern. Was heißt das für ein Rock? Nach Kirsten ging's nicht. Stimmt, ich hab's etwas übertreten. Nächstes Mal ziehe ich gar keinen an. Wir haben geheiratet, wir werden Kinder bekommen. Ab jetzt bin ich für dich verantwortlich. Der Gast hat immer recht, ja? Immer. Es gibt keine Szenen. Bitte, ja? Fickt euch doch mal, alle Mann! Fickt euch! Hey, darf ich dich was fragen? Wie hast du das eigentlich gehört? Blöde, cool. Ich mein, es war total laut. Ich hab da nichts gehört. Ich hab's gefühlt. Gefühlt? So wie so ein Superhero? Ja. Okay, kannst du auch fühlen, was ich gerade denke? Du schläfst hier. Sie sind wirklich ein Superhero. Du hast den fucking Zepot geholt. Ich bin Zepot geholt. Ich bin Zepot. Ich bin Zepot. Von der Sonne aus betrachtet, so ein Mensch, der 18 kommen kann. Wie fühlt sich das an? Das ging nicht. Und deshalb bin ich da, um dich jeden Tag daran zu erinnern, dass wir leben müssen, Ezra. Wirklich. Als wäre es jederzeit vorbei. Ezra! Das ist mein Leben. Du bist die allermutigste Frau, die ich kenne. Hab keine Angst. Und bitte, hör niemals auf zu treuen. Ich habe den Glauben verloren. An alles, was ich für richtig gehalten habe. Mach dich scheiße auf, bitte! Liebe ist Leben. Und sie hat so viele verschiedene Gesichter. Das ist erst der Anfang. Ich weiß nicht, wo du aufwachen wirst in deinen Träumen, aber ich verspreche dir, wenn du deine Augen aufmachst um mich dann.